Herzlich Willkommen auf dem Racefather Kanal! Meine Tochter sitzt zum zweiten Mal hier und bringt mir hoffentlich Glück bei meinen Gold 3 Rewards. Ja, ich hab ein Freund, ich zählte auch ein Freund. Dass du höher bist, gell? Ja. Okay. Und wir machen jetzt die Playerpics auf und nicht vergessen von so weiteren Content, dass meine Tochter jedes Mal die Videos öffnet. Dann lass einen Daumen nach oben da. Und vergiss nicht, die Klocke zackt ihr den Abo dalassen von Letzko. Und dann haben wir wieder abgeschlossen mit 15 Siege. Spielen. So. Ich wünsche dir viel Glück. Felix, Alter. Felix, haha. Musik. Maschallah, schon. Felix ist da. Hahaha. So. Nehmen wir doch mit. So. Hahaha. Stabil. Jetzt noch Benzema. Hahaha. Warum willst du nicht machen? Hahaha. Hahaha. Ja. Let's go, Digga. Ha. So. Hast du gut gemacht? So. Und jetzt. Eins, zwei, drei, vier. Die hinteren vier da. Dachst du dir eines aussuchen. Hm. Die sind nämlich untäuschbar. Ich will das. Die Nummer zwei von den vier. Mal gucken wir doch mal zu den vier. Hm治. Germanire. Und jetzt hier geht noch keine B Dinge. Soma Okay Ah, das ist Dings Soma hier hat doch ein Warcraft Zakaria 1,2 Ah, der kommt wieder raus Die 5 lachsigen Ja, 4 lachsigen ist der oder Werke ist gar nicht Warcraft 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 Nein, Gomez 15k oder Warcraft haben wir schon gehabt? Ich nehme mich immer auf Wenn die 1 lachsigen Bestellen Mh Wer kommt wieder mal raus? Ja, ich nehme die 1 lachsigen Ich nehme die 1 lachsigen Deine Belohnung hast du heute schon Aufgeholt Dann Warum nur Gold 1 Und keine lachsigen Weil so ein schlechtes Team auf der Week gekommen ist Du hast das gewusst Weil ich meine Ich meine so Wenn du gewusst dass das Schlechtes Team auf der Week kommt Na knarke nicht mal mit oder? Kann man als 10 auch spielen Was? Vom Rating her passt schon Jetzt kommen deine Nein Hast du Angrit genommen oder Hast du Trailing genommen? Trailing Bin gespannt auf dem jetzt ja auch nur Carpets Das sieht schon aus Das sieht schon aus Das sieht schon aus Das sieht schon aus Der und 80er Den ich gerade Ich glaube ich gekauft Was war das? Megabick? Megabick? Auf der Anfang ist man noch glaub nicht oder? So 200 Carpets Minnes ist ein Wopper Muss kommen So Let's go I'm tricking you down Inform Im ersten Car Ja Ihr Komm Komm Gib workout Ja Portugal 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 Okay bitte Freunde Hast du auch Was kostet denn noch? 40 30 50 Und sowas Aber vielleicht ist da noch was dahinter Was könnte Gutes dahinter sein? So du kannst noch gerne deinen Teamcode zeigen Wenn du willst Und brauchst du jetzt gerne noch verbessern Wie würdest Möchtest Wie willst Gar nichts Dann danke ich dir für deine Becks Dann werden wir sehen Nächsten Donnerstag Was wir alles schwitzen werden So meine Tochter hat mich wie ihr gesehen habt Wir haben zu Felix gezogen Bei Tobi ist er leider Gottes nicht gekommen Dann hätte er vielleicht ein bisschen sein Team umgestaltet Mein Ziel ist es diese Weekend League jetzt wirklich richtig anzugreifen Und nicht immer nur bis Gold 3 zu schwitzen Oder ich bin halt so schlecht für einen Gold 3 Stimme Und ich möchte wirklich diese Weekend League Gold 1 Freitag Samstag Sonntag werden alle Spiele gestreamt auf Twitch Unten in der Beschreibung ist mein Twitch Account verlinkt Und ihr könnt es auch gerne bei Tobi auf Insta vorbeischauen Sein Link wird auch unten verlinkt Dann danke ich euch vielmals fürs Zuschauen Den Daumen nach oben drücken Bis zum nächsten Mal